Hallo und willkommen zu einem, oder mehr zu sagen, zum ersten Video in diesem Jahr 2021 hier auf meinem Kanal. Ich hoffe, ihr seid alle gut in das Jahr hineingekommen. Es war ja doch, ja, hier war es recht langweilig. Es gab so gut wie keine größeren Partys, Veranstaltungen eigentlich. Was heißt so gut wie es gab, keine Veranstaltungen. Geknallt wurde auch sehr wenig. Ich habe noch ein paar Knaller im Keller gefunden, die habe ich dann hochgelassen. Ansonsten hatte ich am 31.12. war es mir dann so langweilig, dass ich raus auf meine Baustelle gegangen bin und habe noch bis 16 Uhr etwas die Elektroinstallation überarbeitet und meinen Serverschrank noch etwas aufgebaut. Tja, was will man denn sonst machen in diesen komischen Zeiten? Nichtsdestotrotz der Grund, warum ich jetzt hier dieses Video nochmal schnell reinschiebe. Wir hatten ja, wie ihr das noch am Ende des letzten Jahres in Erinnerung hattet, eine Verlosung hier auf meinem Kanal und hier habe ich vier Bekleidungspakete von Nitras verlost. Und die Gewinner habe ich auch ermittelt und sie haben auch mittlerweile alle mit mir Kontakt aufgenommen. Auch den Max Flohmarkt habe ich schon aufgelöst. Der Gewinner hat sogar schon seinen Gewinn erhalten. Trotzdem habe ich dann hier bei dem Nitras-Paket Nummer 3 eine E-Mail vom Gewinner erhalten. Die möchte ich euch einfach mal vorlesen. Alter sowie Name und Ortschaften lasse ich mal weg wegen der DSGVO. Seht mir das bitte nach. Aber hier die E-Mail. Hallo, nach kurzer Überlegung habe ich mich entschieden, das Paket Nummer 3 trotz Gewinn nicht annehmen zu wollen. Ich bin ... alt, also schon etwas älter und benötige es nicht. Somit möchte ich einen anderen Teilnehmer die Chance geben. Da ich noch nie etwas gewonnen hatte, ging ich auch hier von einem Nicht-Gewinn aus. Entschuldige für die Umstände. Fühle Grüße aus ... So, also haben wir nun das Nitras-Paket Nummer 3 noch hier im Repertoire. Und ich brauche hier eigentlich noch schnellstmöglich einen Gewinner. Deswegen habe ich es in meinen Videos angekündigt, wenn hier irgendwas nicht weggeht, wird nochmal ausgelost. Das heißt, alle, die hier noch einen Kommentar drunter stehen haben, der den Regeln von mir entspricht, die ja unten in der Videobeschreibung standen und der noch im Einsendeschluss war, hat jetzt hier nochmal die Möglichkeit, das Paket Nummer 3 abzugreifen. Das machen wir auch nochmal schnell. Wir haben hier die Kommentare alle da. Es ist wie beim letzten Mal im Großen und Ganzen. Ich suche mir hier einen Random-Kommentar-Picker. Öffne diesen. Wir gehen wieder zurück in das Video. Hier ist es. Holen uns oben die Video-URL. Fügen diese hier ein. Wählen wieder unsere Attribute aus. Also eigentlich im Prinzip wie beim letzten Mal. Ich möchte das nicht zu sehr nochmal ausführen. Ihr könnt ja auch die anderen Videos gerne schauen. Holen die Kommentare. Wichtig, doppelte Kommentare und so weiter. Natürlich nicht erlaubt oder werden ausgefiltert. Und wer natürlich hier blockiert ist von YouTube oder mir, ist auch nicht mit dabei. So, wir starten noch einmal die Auslosung und ziehen einen neuen Gewinner des Nitras-Paketes Nummer 3. So, hier haben wir einen möglichen Gewinner. Wir schauen uns wieder die Geschichte an. Wir haben hier den Kommentar. Wichtig, ich stimme den Bedingungen zu. Die Übersetzung hier. Ich habe hier wieder den Übersetzer laufen. Das haut wieder nicht hin. Aber egal. Es gibt drei Verhandlungen. Wie gesagt, saumäßig übersetzt. Okay, es gibt also drei Standorte. Das haut hin. So, ja. Tja, mehr kann man dazu nicht sagen. Was will ich da groß noch rum lamentieren? Du hast das dritte Paket jetzt gewonnen. Es wäre dann natürlich auch schön, wenn du natürlich dann auch mit mir Kontakt aufnimmst. Ich werde jetzt nochmal versuchen, dich anzuschreiben über deinen Kommentar. Wenn du eine E-Mail-Adresse hinterlegt hast, versuche ich dich darüber natürlich auch nochmal zu kontaktieren. Ich weiß, je länger so eine Verlosung her ist, je schwerer wird es, die Person zu kontaktieren, die hier mitgemacht haben. Ich versuche es trotzdem. Sollte es mir nicht gelingen, in dem Video angegebenen Zeitraum dich auswendig zu machen oder zu kontaktieren, werden wir die Geschichte so lange auslosen, bis wir hier jemanden haben, der das bekommt. Aber ich hoffe, du meldest dich und wir kriegen das hier so schnell wie möglich über die Bühne. Also hier erst nochmal herzlichen Glückwunsch für dich, für den Gewinn. Wenn du das hier siehst, nimm bitte schnellstmöglich mit mir über meine E-Mail-Adresse. Diese findest du überall auf meinem Kanal. Die findest du auf meiner Webseite, also Homepage überall. Kontakt auf und schreibe mir oder schreibe mich an, sodass ich weiß, dass du das hier gesehen hast. Und ich dann schnellstmöglich deine E-Mail-Adresse bekomme, sodass ich sie auch an Nidras weiterleiten kann, damit ihr die Größen und den ganzen Versandklatterdatsch abwickeln könnt. Und so, das wie gesagt soll nicht zu lange dauern hier das Video, denn heute kommt noch ein anderes Video. Es ist noch ziemlich früh am Morgen, am Sonntag. Ich hatte heute noch ein anderes Video eingeplant und hoffe mal, die kommen sich nicht so sehr in die Quere, die beiden Videos. Aber das war es also. Ich wünsche euch ein frohes neues Jahr und hoffe, dass es dieses Jahr mal etwas aufwärts geht. Also bis zum nächsten Mal. Tschüss, euer Marc auf YouTube.